hi leute heute reagiere ich auf ein video von mir auf welches ich habe keine ahnung eigentlich wollte ich auf mein erstes video reagieren aber hatte ich schon sogar fertig gemacht aber da hat man das erste video nicht gehört also habe ich das abgebrochen ich hoffe dass man hier den tod den ton hört nicht den tod das wäre nicht gut naja was haben wir denn hier wir reagieren mal auf team dummheit ich hab's nicht geliked direkt mal ok let's go der ton ist wieder kacke mein ton damals war auch echt schlechter als der heute ich mein heute ist mein ton jetzt auch nicht der bester war ich muss auch sagen meine animation sind heute besser früher waren sie schlecht heute sind sie nur mittelmäßig area 51 und dann kommen wir auch hier man sieht mein handy geht kaputt damals hatte ich noch so dass wasserzeichen oder so von dann also von der app mit der ich animiert habe ja doll handy meister und er kann zocken ich hatte keine ahnung was ich bei ihm hinschreibt lolly ich habe keine ahnung ich hatte hier auch keinen plan warum sie teil des teams ist random guy ist einfach nur da weil ich keine vierte person gefunden habe wirklich ich hatte keine idee wenn ich noch ins team machen könnte dem drei irgendein random dumm einfach einen random typen hinzugefügt der heißt ja auch random guy macht sinn und ich mit kapuze und bubble tea ja das ist das war gut ich weiß nicht warum warum ich lol so äh beängstigt gucken lassen hab warum sabbert er nach oben der sollte ja eigentlich nach unten sabbern ich hab damals schon das prinzip von schwerkraft verstand also wenn gar wird sich mit dem wachen an freunden hey sie was machen sie da wollen wir freunde sein das einzige was ich mir die ganze zeit gewünscht habe war ein freund das sollte so ein bisschen wie bei home mit dem mater sein ich weiß ich habe es überhaupt nicht getroffen aber naja ist ein bisschen anzahlen mit dem arbeit angelegt ich habe nicht getroffen halt habe ich dir schon gesagt freunde lolly kümmert sich um das minenfeld einfach mal machen auf die minen werfen mache ich auch jeden tag lolly hackt sich in die kameras ein sagen wir so heute kann er das nicht früher konnte das auch nicht ich sprenge die tür boom ich habe das tt zwar nicht angezündet aber großartig gut job und wir sind drinnen mitternachtsmann klingt so als hier das war das erste mal obwohl ich habe schon im video über horror über den mitternachtsmann geredet aber hier das erste mal das war wirklich dass man ihn wirklich seht halt ja ich hab's auch euch offen was kommt schnell zu uns wir haben was gefunden hier das erste mal als man ihn gesehen hat endlich endlich frei wir haben eine zeitmaschine gefunden ich habe die zeitmaschine nie gezeigt und ich kam auch nie weiter in meinen videos vor aber ich will irgendwann noch ein video mit der zeitmaschine machen es wird sich dann keiner mehr an die clan dann aber irgendwann kommt das zeitmaschinen video doch ich will es euch ja haben wille das ganze zeit reisen wir hatten gegrü pharmaceutical durch die ist natürlich ein auf die gemeldungen artikel 13 bei dem mann er war auch ich habe die bettet fünf ich weiß jetzt was dass du hier ich falls die toter man kann's ist ausgebrochen Oh mein kont Prof Ries essayer sofort weg warum der tote mann ist ausgebrochen ok ich will schnell die anderen und dann ich würde nicht damit telefonieren gut macht das aber toter mann klingt echt schon sehr gefährlich er ist ja auch ein alien okay bis gleich zehn minuten später jetzt bedroht mich der mitternachtsmann ich weiß nicht warum ich den toten mann nicht eingebaut habe es wäre gut wenn ich hätte dafür sorgen können dass der tote mann und der mitternachtsmann in der mitternachtsmann serie komplizen werden vielleicht werde ich das noch in folge 4 einbauen folge wird auf jeden fall bald kommen wo bleiben die sind jetzt schon mehr als zehn minuten weg stelle würde ich mich jetzt nicht umdrehen warte bevor ich der hier hier der du ich weiß nicht ob die waffe schießen kann ich meine die hat noch nicht mehr was zum abdrücken aber okay sagt mir nur warum du das alles machst okay als der große meister die der große meister wunderschön gezeichnet ich habe mir einfach irgendeine random background story ausgedacht die erde die irgendwie krass klingt guckt ihn euch an er war ein ganz normaler mann er schuf er auch mich mit einer glapse aber er mochte mich nicht er entstellte mich und sperrte mich in einem ritual ein eines tages führte jemand dieses ritual durch das war ich komm bitte nicht spoilern die geschichte erzähle ich wann anders naja auf jeden fall danach war ich frei aber alle hatten angst vor mir und ich fand jemanden vor dem auch alle angst das sollte der tote mann werden aber ich will nicht spoilern aber ich spoilern weil der stirbt noch im video hatten wir verschlossen uns gut oder jetzt fällt mir gerade eine gute idee für ein neues video ein oder ich sorge dafür dass der tote mann der sohn von diesem dude ist ich weiß nicht wer das ist aber es ist der vater vom toten mann oder so oder er dem toten mann erschaffen oder so keine ahnung zusammen um die menschheit zu vernichten mein komplizier wurde von der us army getötet und ich wurde erst nicht gestorben er wurde nur getötet ich weiß meine audion mein audio war damals kacke ist auch heute noch kacke ich weiß egal wurde in die area 51 eingesperrt seitdem schwöre ich mir rache und du wirst mein erstes opfer sein ich hatte vergessen zu sagen dass ich auch noch feuerkräfte habe plot twist leute plot twist verbrenner oh verdammt ja das war dumm jetzt habe ich gewonnen du wirst sterben geh wieder in dein ritual er hat kurz keinen mund was geht da ab lol hatte keinen mund kacke ritual mhm anscheinend gab es doch noch ein happy end ich werde zurückkommen und du wirst deine eigene serie auf einem kanal haben fortsetzung folgt jetzt irgendwann ne ne ok joa würde ich mal sagen das war's ich hoffe es hat euch gefallen vielleicht rege ich irgendwann noch zu einem von den anderen videos aber bis jetzt erst mal